So, jetzt. Hi und herzlich willkommen zum ersten Mal streamen bei mir, MattDewine. Und, ja, ich zeichne das natürlich jetzt auch auf für YouTube, also, dass man, falls jetzt irgendjemand das verpassen sollte, wird er nachher dann auf YouTube sehen. Ja, okay, ich habe gedacht, okay, für den ersten Stream, was nehmen wir da? Ja, World of Warships geht meistens relativ flott und für den Anfang und Einstieg können wir das ja nehmen. So, dann gucken wir doch mal, also ich habe schon ein paar Schiffe freigespielt, aber fangen wir doch mal mit dem kleinsten Schiff an. Okay. Ja, läuft. Jetzt habe ich schon gedacht, mein Chat läuft nicht, aber, ja, er funktioniert schon. Ich glaube, ihr habt den Spielsamm so ein bisschen zu leise. Kann das sein? Drehen wir ein bisschen hoch. Ansonsten meldet euch, wenn das zu leise ist. Ja, doch noch ein bisschen zu ticke, zu leise. Oh, verdammt. Danke, Marvin. So, jetzt. Danke, danke. Ich habe zwar alles auf Shortcuts drin, aber habe nicht daran gedacht, dass es eigentlich ja zu erst rücken muss, bevor es geht. Da sieht man nur Profis im Werk. So. Also, durch das, dass ich jetzt endlich zwei Monate oder habe, habe ich es echt sehr fein, zum da einmal nach rechts kurz gucken, dass ich den Chat in Auge behalte und deswegen auch zum Beispiel Marvin's Tipp gerade gesehen habe. Und falls ihr ihn noch nicht kennt, Legendary Marvin macht sehr viele Strategie-Let's Plays, vor allem auch jetzt Europa Universalis. Falls euch das nichts sagt, einfach mal vorbeischauen. Lohnt sich auf jeden Fall. So. Kurz Werbung gemacht. Gucken wir doch mal, ob wir jemanden finden. Okay, also momentan fahre ich an kleinen Kreuzer. Es gibt, glaube ich, vier Klassen. Einmal die Schlachtschiffe, dann die Flugzeugträger und dann Kreuzer und Zerstörer. Zerstörer sind sehr schnell, haben Torpedos an Bord und ja, Nebelkennister und so. Das sind so die Support-Rollen. Okay, da sind sie. Kommen alle über der Eck. So. Hmhmhmhmhmhm. Also in dem Fall fahre ich über F5 und versuche sie von hinten zu überraschen. Wolle ich eigentlich hinten rechts auch noch ein paar, einige sehe. So. Und dann nehmen wir doch mal einen aufs Korn. Also ich verwende jetzt momentan Brandgeschosse für die kleineren Klassen. Okay, äh, weicht aus. Äh, die kleineren Klassen kann man relativ gut im Brand stecken. Und dann verlieren sie zum Teil die ganzen Module. Eintreffer. Ah, doch nett. So, ein bisschen vorzielen. Ah, gut. So, ein Treffer in der Zitarelle. Voll zerstört. Und das hier sind die Zerstörer. Die sind sehr gemein, weil sie, wie gesagt, Torpedos abfeiern. Und wenn man nicht schnell genug ausweicht, dann war's das. Jetzt müssen wir kurz schauen. Wo ist der Nächste? Okay, da. Aber, wie gesagt, sie sind viel schneller, als ich hier jetzt hinterherfahren könnte. Aber wie gesagt, vielleicht erwische ich ihn doch noch. Vor allem den hier. Eben, das meinte ich eben. Unvorsichtig sein und dann kann's schon... Das war ein voller Treffer. Aber den einen nehm ich noch mit. Ah, hat den schon jemand anders. Ja. Ja. Eben, man kann, wenn man unvorsichtig spielt, genau wie ich jetzt, kann man sehr, sehr schnell erledigt werden. Und es sieht sowieso schon nicht gut aus. Sieben Schiffe haben sie von uns schon versenkt. Von daher, gehen wir doch mal wieder zurück zum Hafen. Und schauen wir mal, ob wir einen besseren Start hinlegen. So. Das hier ist die Wyoming. Ein Schlachtschiff. Na komm. Lade. Lade. So. Okay, dann fahren wir doch mal mit dem Schlachtschiff. Okay, ähm, wo war ich? Ah ja, genau. Die Klassen, man sieht sie hier jetzt eh. Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Kreuz und Straschere. Flugzeugträger haben den Vorteil, wie der Name schon sagt. Sie haben Flugzeuge an Bord, wo halt Torpedos abwerfen können. Die schwieriger auszuweichen sind. Vor allem, wenn die Flugzeuge sehr nah an dir dran sind. Und dann auch Bomber, wo die ganzen Oberdecks zerstören können. Ähm, oder Aufklärer. Wo natürlich sehr hilfreich ist für die eigene Mannschaft. Okay, wir haben sogar einen Tierraumauftrag. Okay. Mein Auftrag vom Schlachtschiff ist, dass man die gegnerischen Schiffe mit der Hauptbatterie zerstören soll. Natürlich ist es jetzt eine höhere Klasse. Also, die werden natürlich jetzt nicht so schnell sein, wie die kleineren. Und bei den Schlachtschiffen kann man ruhig Panzerbrecher in der Geschosse nehmen. Die sorgen sicher für mehr Wumms. Können aber halt dafür jetzt nichts in Brand stecken oder Module ausfallen lassen. Dafür verursachen sie mehr Schaden. Ist ja auch was. Jetzt fahr, fahr, fahr. Okay, und die höheren Klassen, die haben sogar noch ein, zwei Möglichkeiten zum Einbauen. Ähm, Reparaturmannschaften oder, dass die Reparaturzeit weniger lang geht. Oder, dass die Drehgeschwindigkeit von den Türmen schneller ist. So. Wir übernehmen gerade den ersten Punkt. Genauso wie der Gegner. Da übernimmt er jetzt gerade B. Und ich hoffe, dass einige von uns so schlossen sind, dass Richtung A düsen. Und, okay. Jetzt kriegen wir natürlich gleich Besuch. Okay, Nebel. Verhindert natürlich meine Sicht gerade. Okay, wenigstens ein Treffer. Okay, der erdreht bei. Okay, das habe ich jetzt gerade sporadisch gesehen. Okay, komm schon, komm schon. Ja, die Warming zielt natürlich nicht so gut wie andere. Aber, ich habe trotzdem getroffen. Durch das, der erdreht. Habe die Möglichkeit, etwas besser zu treffen. Und, trifft was? Okay, jawohl. Wenigstens schöne Treffer. Okay, er weicht den Torpedos aus. Und, by the way, sollte irgendjemand einen anderen Spielevorschlag haben, wäre ich natürlich dankbar. Okay, der ist außerhalb meiner Reichweite. Aber der herrlich. Ja, der... Okay, der ist hinüber. Okay, da kommt ein Torpedo auf meine Kollegen zu. Nächster erledigt. So, dann machen wir doch ein bisschen Kehrt. Und gehen auf die anderen, auf die Kevatschi und die andere Warming zu. Ja, er ist noch außerhalb von meiner Schussreichweite. Na ja, 14-1. Schaffe ich nicht mehr. Oder doch. Ja, wie gesagt. Die Schlachtschiffe sind natürlich nicht die allerschnellsten. Dafür haben sie einen kräftigen Wurms dahinter. Also, es gibt momentan drei spielbare Nationen, zwei reguläre und einen, wo man ein Premium- oder zwei Premium-Schiffe kaufen kann. Ähm, sorry, ganz gelogen. Vier. Also, es sind sogar... Okay. Ähm... Also, jetzt hat mega der Chat ein bisschen durchgebracht. Ähm... Ah, voller Hänge heute, hä? Äh... Äh, 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 äh. Kurz überlegen, kurz sammeln. Ah ja, genau, spielbare Nationen. Ach, roten Faden. Äh, nee, spielbare Nationen. Also, es sind Deutschland die Tierpits. Also, es ist momentan das Premium-Schiff. Ähm, dann sollen... Also, da spielt die Russland natürlich eine Rolle. Aber auch momentan nur als Premium-Schiff. Und, ähm, dann die Amerikaner und Japaner. Die sind, äh, sehr stark vertreten. Aber ich hoffe natürlich jetzt, dass die deutsche Nation und die, ähm, Sowjetunion natürlich noch was dazu kommt. Äh, äh, die Japaner im Verhältnis zu den Amerikanern sehr schnell und wendig. Dafür aber nicht so viel Kraft wie jetzt die Amerikaner mit den Kanonen. Also, meine Meinung nach. Hoffen wir, dass jetzt alle treffen. Oh, nice. Ja. So, dann wechsle ich für das nächste gleich auf die Brandmonition. Mal schauen. Vielleicht macht das dann mehr Schaden. Oh, schön. Ausfall auch noch. Ja, okay. Da wird nicht mehr ausweichen können. Das heißt, ihn treffen jetzt alle Torpedos. Jep. Und das war's mit ihm. Und jetzt gehe ich natürlich wieder... Äh, drehe. Und jetzt muss ich natürlich quer der Karte entlang. Damit ich zum Punkt A komme. Okay. Mann, jetzt habe ich schon gedacht, er schießt mich selbst ab. Weil ich habe schon das erlebt, dass einige andere Spieler, ähm, nur getrollt haben. Und dann auch mich und den Commander, den wäre da sicher auch vom Namen her, wo wir euch kennen, ähm, ja. Abgeschossen. Wir haben den mehrmals gewarnt. Und er ballert weiterhin auf uns. Ja, okay. Feuer frei. Schade, dass man nicht so auf Abgeschwindigkeit gehen kann. Ja, doch was. Okay. In jedem Fall kann ich schon mal, glaube ich, goodgame schreiben. Das eine Schiff-Überlebenschance wäre gleich null. Außerdem haben wir die Punkte auch gleich mal voll. So, aber damit man aber ein bisschen was gesehen hat. So. Ein bisschen Feuer. Über die Geber-X-Kette kann ich jetzt leider nicht schießen. Yay. Victory. Ich habe zwei Ausfälle gesorgt und 23 Treffer. Ja, das wird noch was. Vor allem ich spare jetzt auf die New York zusammen, weil die ja auch wesentlich, ähm, effektiver zielen kann. Ja. Hä? Hä? Oh, ich glaube, ich habe auf Kämpfe weitergemacht. Ah. Hups. Na, komm. Okay. 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 Ja, die Map 2 Brüder, die hat schon sehr viele Nerven gekostet. Vor allem mittendrin, also hier, ist ein optimales Grab für Schiffe. Vor allem, weil jeder, da müsste mal die ganzen Zerstörer hier reindüsen, Torpedos zuspammen, und dann hast du natürlich keine Chance mehr zum Ausweichen. Deswegen, entweder meistens kommen sie etwa hier entlang oder hier, oder sie warten auch bei ihrer Heimatbasis. Und dann, 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 dann. Tada! ok in dem fall gehen sie doch tatsächlich über die grenze also von i2 hin so dass jetzt alle meine kanonen den erwischen das war jetzt ein satz mit x das war wohl nix nehmen wir mal an es gibt auch ein schönes schiff das ist aber das russische premium schiff in klasse 5 zerstörer nee warte klasse 5 oder 4 kreuzer war das jetzt muss ich natürlich gleich beidrehen weil die flieger was ihr jetzt seht die schmeißen jetzt torpedos ok fiese nummer das wird echt fies einen kriege ich mindestens ab aber gottse dank habe ich eine reparatur mannschaft nee gerade noch der nächste ja toll ok jetzt haben sie keine torpedos mehr und müssten wahrscheinlich nachladen so den nehme ich mit ja da habe ich einige harte treffer einstecken müssen also alleine durch gutes fahren kann man die halbwegs gut ausweichen ok ein ausfall im brand gesteckt das ist schon mal eine gute aussicht so kommt dann lade jetzt schneller so ja ihr werdet wahrscheinlich jetzt gleich oh ok gottse dank na ein ausfall naja ja ich bin selber im brand ich sehe es gerade ja ich bin selber im brand ich sehe es gerade ja ok ich bin wirklich man sieht nicht der beste world of warship spieler aber es macht spaß also für zwischendurch absolut geeignet wie irgendwo so eine kurzweilige reaktion haben möchte dann gehen wir zurück zum hafen und dann spielen wir doch mal das hier ist übrigens die diana in klasse 2 kreuzer das ist ein premium schiff warte woher sieht man es hier also momentan immer russland mit der aurora die klasse 3 die klasse 2 diana habe ich auch schon die klasse 5 murmansk das sind beides kreuzer denn die usa die haben natürlich aber dann einen großen forschungsbaum wo man regulär spielen kann genauso wie die japaner die haben jeweils ein premium schiff die atago und die atlanta und genau premium schiffe habe ich auch mehrere also wie gesagt die diana und über die die tirpitz die das schwesterne schiff von der bismarck mit nur der unterschied dass die tirpitz auch torpedos hat und die bismarck die kann man sich dann auch regulär erspielen so dann fliegen wir doch mal die tirp... äh... fliegen dann fahren wir doch mal mit der tirpitz das ist 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 die